All the better, faster, stronger, work it, all the make it better, do it faster, makes it stronger, all the never, ever after, our work is ever over. Star Wars, the Clone Wars. Waffenbrüder sind Brüder fürs Leben. Klonsoldaten vereinigt euch. Während sich der Krieg in der gesamten Galaxis ausbreitet, kämpft die republikanische Klonarmee um den Sieg gegen die bösen Kräfte der Separatisten. Tapferkeit, Heldenmut, Zusammenhalt, das sind die Tugenden des Sieges auf den Schlachtfeldern und im Weltraum. Alles beginnt auf dem Planeten Kamino, wo Jedi General Shark T, mit Hilfe angeheuerter Kopfgeldjäger, die Ausbildung der Klone überwacht. Um perfekte Soldaten zu werden, müssen die Kadetten zunächst ein hartes körperliches und mentales Training absolvieren, bevor sie bereit sind, in den Krieg zu ziehen. Meine Herren, wer von euch will ein ARC-Soldat sein? Ich, Sir. Dann habt ihr jetzt den Abschlusstest zu bestehen. Darf ich vorstellen, Commander Coles, vom Rank-Core-Battalion. Die Soldaten dürft ihr eins nicht vergessen. Bei der Franz stehen wir Seite an Seite. Als Brüder. Auch wenn es manchmal Streit gibt, ganz gleich was geschieht. Wir sind eine Einheit. Regel Nummer eins. Wir kämpfen gemeinsam. Also wer hat den Momon-Tritt als Erster vor? Fangen wir mit der Einheit an, die ihre Übung in Rekordzeit absolviert hat. In ARC-Soldaten-Zeit. Sind damit vielleicht wir gemeint? Bravo-Einheit! Vortreten! Wow! Bravo für die Bravo-Einheit! Zeigt einem ARC-Soldaten, wie man's macht! Ach, kommt, Jungs. Vielleicht können wir von Ihnen was lernen. Halt die Klappe, Elko! Starten Sie den Zitadellentest. Version THX, Variable 1138. Wir sind besser als diese Jungs. Okay, jetzt kommt drauf an. Los, Angriff! Wir schaffen es! Unsere Befehle sind klar, Freunde. Nichts zu wiederholen, Echo? Heute nicht. Dry Bait, was macht deine Schulter? Ich werde es überleben. Wir alle wissen, was wir jetzt zu tun haben. Der Krieg in Rekord. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, gut so, Männer. Zusammenbleiben. Pfeifes, links von dir. Danke, Kata. Kein Problem, Bruder. Sie scheinen zusammenzuarbeiten. Mal abwarten. Das kann sie schnell. Nein, das so. Wir schlagen uns klasse. Vielleicht bestimmen wir tatsächlich. Nicht so vorschnell. Die Zitadelle kommt noch. 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 Ausbildung beendet. Von hier aus werdet ihr ausschwärmen, um gegen die Separatisten zu kämpfen und der Republik den Frieden zu bringen. Herzlichen Glückwunsch. Ihr seid nun keine Kadetten mehr. Ihr seid Soldaten. Möge die Macht mit euch sein. Achtung! Helme auf!